Hey Internet und YouTube Happy Wheels Welcome to the little world, my little child Oh, das ist süß, das ist wie Lego, mein Freund Nur töten wir kleine Lego-Viecher Ich bin mir nicht Was? Win! Ich hab, ich weiß nicht, ich hab gewonnen Don't move Meine Spezialität Miss Candy könnte ein Lied davon singen Die ist selber Na gut, sie geht einkaufen, so ist nichts, so ist nichts Wenn sich jemand fragt, wo Miss Candy ist, sie ist wieder einkaufen Also sie ist immer sehr beschäftigt, das freut mich Bewegt sich mehr als ich, quasi Okay, sie ist auf diesen kleinen beweglichen Dingern unterwegs immer Aber man muss auch die Hand bewegen Auf den On und Off Schalter klicken, okay Das mach ich nicht mal Von daher Oh, der Mund Und der Mund bewegt sich viel, beim Essen Das ist auch eine Art Training Verbreint man eigentlich Kalorien, wenn man isst? Durch die, durch die Kieferbewegung Gibt's da wissenschaftliche Studien dazu? Ha, und nebenbei hab ich gewonnen Ich bin der beste Spieler der Welt, dankeschön Naked Girl Zeig mir mal Oh Sind das nicht die, die Helfer vom Weihnachtsmann? Oder so? Every move Mal klosen, ja Ich komm zu dir, Baby Ich hab alles unter Kontrolle Ob, 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 ob's, ob War das das in der Sache? Ich hab mich befreit Aus ihren Fängen Warte, vielleicht soll ich hier einfach nur Wartet mal Okay, das war nix Aha, aha, baby Aha, aha Siehst du meine Moves? Siehst du meine Moves? Siehst du meine... Wieso, wieso? Ich weiß auch gar nicht, was ich hier tun soll Aber Das ist ja nix Neues Ich komme, um dich zu retten Ich komme Und ich komme Oh, das klingt falsch Es tut mir leid Ich komme nicht Ich komme Ich komme Nightrider Ein Mann und sein Ding Kämpfen gegen das Und das klingt wie ein schlechter Po Wahrscheinlich gibt es so ein Porno, oder? Ein Mann und sein Ding Kämpfen gegen das Unrecht Okay Sorry Amigo Ich werde... Wow Ich war... Okay, das ist... Okay, das ist ja was Ob ich high wäre Ich habe überlebt, richtig? Victory Ja Victory Dankeschön Who's the man? I am the man Dead elevator Use... Zu dritteln Ich war noch nicht Seelisch bereit Moment mal Moment mal Ich bin nicht... Was... Was... Aha Au Vorsicht Oh nein Steckt fest Au Mir geht's gut Ja, geht's jetzt weiter Oder wie, 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 wie? Oh, da habe ich verloren Okay, Moment. Easy. Ach, nee. Ach, das sieht ungesund. Okay, das sieht noch mehr ungesunder aus. Ungesünder. Versicht. Oh, zurück. Oh, shit, Tomatiko. Ah, wie kann ich direkt in die falsche Richtung? Nicht schlecht. Links gehen Gefahr sehen. Wartet, wartet. Oh, shit. Niemand wartet auf mich. Okay, das sollte aber eigentlich nicht allzu schwer sein. Okay, easy. Bauch reinziehen. So weit, so gut. Okay, das ist perfekt. Dankeschön. Wer ist der beste Spieler? I did it. Nee, es geht noch weiter. Fuck it. Vorsicht, Konzentration. You win. Oh, deine Mama. Dankeschön. Magic Level, baby. Es ist so viele Wins heute. Um was geht's? Alkohol ist mein Freund in der Not. Was machst du hier mit deinem Beinchen, meine Gute? Okay. Ich bin mir nicht sicher, was das hier... Was geht's jetzt hier? Okay. Ich denke, sie will mich. Aber ich... Beschäft... Ich kann nicht aufstehen. Ist das der Sinn? Ich komme auch nicht hier drüber. Okay. Wir sind beide... Bekloppt. Ich hab keine... Ich... Versteh den... Die Aussage nicht. Correct. Revenge. This is a fight level. Hope you enjoy. Crazy old man. Oh shit, hab ich mich erschreckt. Boxing Bobby. Ich bin mir nicht sicher, was es mit Boxen zu tun hatte, aber... Level 3. Ich lebe noch... Mir geht's noch immer gut. Oh shit. Nein. Nein. Setz dich wieder hin. Setz dich wieder auf deinen Hintern. In Zeitlupe werden wir es... Okay. Das ist der falsche Sitz. Ich sitze auf dem Kindersitz. Oh fuck. Ja gut, jetzt bin ich vorbereitet. Save me. Shut up. Boxing Bobby. Hahaha. What the... Okay. Save me. Keine... Ah. Ah. Wartet. Ein bisschen... Schwung heulen. Yes. Das war wunderschön. Du hast den Eugen zerrissen. Okay. Konzentration. Was? Wie triffst du mich? Das gibt's doch nicht. Der Typ ist... Unbesiegbar. Ah. Keine Zeit. So weit. So gut. Das finde ich auch noch in Ordnung. Okay. Geht doch. Was ist hier für ein Bein dran? Oh shit. Okay. Okay. Perfect. Nein, 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 nein. Ah. Da kommt eine Rampe. Okay. Jetzt hab ich's. Das ist ein Win. Ich glaube, einfach nur in dieser Position. Was ist das hier? Bist du wie im Zirkus? Miss Candy. Dann kommt sie zurück mit den Einkäufen. Oh, no. Moment, ich glaube, ich kann noch treten. Irgendwie. Es bewegt sich noch. Es bewegt sich noch. Langsam, aber sicher. Das ist besser wie im Zirkus. Seht euch das an Planking? Das ist Matrix. Ist mein Bein verdreht, aber komplett. Okay, das könnte noch ein paar Stunden dauern hier. YouTube. Ich habe Zeit. Do not cross this message yet. You will get stuck. What? Au. Okay, das sollten wir vielleicht lesen. Habt ihr Zeit? Wie geht es euch sonst so? Das ist das aufregendste und schnellste Level, das ihr je gesehen habt. Ich weiß. Okay, ich glaube, jetzt bewegt sich noch. Es bewegt sich wieder was. Ich glaube, hier kommen wir nicht hoch. Okay. Jetzt. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Ich habe alles in der Kontrolle. Hey, also wenn das nicht. Ja, ich hätte es geschafft. Also die Taktik war hier schon richtig easy. But okay. Hier noch ein Win zum Abschluss. Dankeschön. Und mit wem mit? Meiner Geliebten. Oh, komm her. Ich wusste, du warst einkaufen. Aber es tut mir leid. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du sollst das nicht trinken, sondern drüber fahren. Das funktioniert mit ihr überhaupt nicht. Das funktioniert nicht mal ansatzweise. Das ist nicht mal... Nicht mal ansatzweise möglich, oder? Das ist nicht... Das ist unmöglich. Das geht mit ihr nicht. Dann fliegt mir das Baguette um die Ohren. Wartet mal. Change. Klingt. Ach nee. Nicht mit der Großfamilie. Geht's ja aus. Fast. Oh, okay. Wir können das mit der Family schaffen. Easy. Das war der Win. With the Family. Warte. Wollen wir es noch mit denen? Okay. Wenn, dann kommt der Ehemann auch noch hinzu. Okay. Ja. Okay. Und das Pärchen auch noch. Das Pärchen auch noch. Wow. Das Pärchen. Wow. Okay. Sie ist voll in Ekstase. Jesus Christ. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Ich geh jetzt was essen. Dich war Candy Baby. Warte. Ich höre deine liebliche Stimme. Mein Schatzi, Butzi, Mausi, Herzi. Ich komme. Ich finde das Bild echt gut. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss. Tschüss.